zehn fragen an einen service mit dabei an einen service manager von ferrari was gibt es eigentlich bei black friday black friday gibt es natürlich bei jeder bestellung gibt es irgendetwas dazu sei es jetzt parfum wie auch im letzten jahr das heißt ihr bestellt ein paar von bekommt dann ein anderes umsonst dazu und jede 30 bestellung die geplaced wird ist dann komplett umsonst also wenn ihr bestellt vielleicht kommt ihr dann halt ein die gesamte bestellung umsonst ich arbeite hier bei der luke sportivo als serviceleiter vielen dank für das interesse an unserem service ihr habt uns zehn fragen gestellt diese werde ich jetzt beantworten vielen dank es ist dein lieblings mein lieblings ferrari es gibt natürlich viele genau auf den punkt gebracht es ist ein 430 scuderia die emotionen die das fahrzeug übermittelt lautstärke fahreigenschaften schaltungen das ist genau das was ich von einem ferrari erwarte die servicekosten beim ferrari sind unterschiedlich zu sehen die fahrzeuge die jetzt von heute jünger als sieben jahre sind haben immer eine kostenfreie wartung sieben jahren das heißt für dich als kunden du kommst hierhin gibst dein fahrzeug ab bekommst du provision wenn ich den händler wechseln und fährst wieder vom hof bei fahrzeugen die älter sind da kann es unterschiedlich sein also ich sag mal eine normale jahreswartung liegt man rund bei 1000 euro nach oben hin gibt es dann aufwendiger wenn es in die zahnriemen reparaturen gehen in die wartungen von alten testarossa modellen dann werden die servicekosten aufteuer natürlich hat ferrari auch eine garantie die ist immer drei jahre du kannst dein ferrari auch noch mit einer garantie verlängerung ausstatten das geht bis ins 15 lebensjahr des fahrzeugs also das verrückteste was ich im kofferraum gefunden habe ist definitiv bargeld bargeld und luxusgegenstände sogar in einem kofferraum das heißt es war ich weiß nicht wie viel es war aber es war auf jeden fall sehr viel bargeld ist doch ganz normal oder und es waren diverse uhrkartons von rolex über blanc alles was so das herz begehrt wir dürfen nach den wartungen die wir durchführen nach kunden abstimmungen mit jedem fahrzeug natürlich eine probefahrt durchführen es ist auch im sinne der sicherheit der verkehrssicherheit gleichzeitig müssen wir natürlich auch unseren achskopfer aufgeliebt bevor wir das fahrzeug an den kunden übergeben also frage kann ich gerne mit ja beantworten wir fahren jedes fahrzeug bei uns in der werkstatt wurden noch nie eingebrochen hat natürlich verschiedene gründe wir sind natürlich extrem gut abgesichert also sprich alarmanlage und security service der hatten wir schon mal der achatz hat mir mal erzählt die haben so ein man kann halt das abgesperrt haben die erst mal so einen hof wie bei den meisten autohäusern und die haben halt da so ein bewegungsmelder das heißt der alarm geht an sobald man über den zaun drüber geht und da waren mal so ein paar leute auf dem hof die so betrunkene jugendliche wir haben sich auf jeden fall sehr erschreckt aber es ist auch so wer möchte von so einem fahrzeug geklaut irgendwas kaufen wir haben ein sehr gutes arbeitsklima und wir begegnen uns alle auf augenhöhe es gibt keine großen hierarchien wir arbeiten gerne alle miteinander wir haben ein sehr junges team das zählt auch dazu dass wir sehr viel ich will nicht sagen spaß haben weil wir immer noch auf der arbeit sind aber es ist auf jeden fall ein sehr sehr gutes das merkt man bei denen reinkommt die frage ist super ferrari bieten natürlich ein umfangreiches zubehörprogramm an das heißt es sind aber auch alles ersatzteile die von ferrari selber kommen dieses typische tuning mit tiefer legen lauter schneller das bieten wir gar nicht an und es ist auch gar nicht von ferrari gut gesehen und auch gewollt natürlich bilden wir auch technisch aus wir haben aktuell drei auszubildende bei uns in der werkstatt die technische ausbildung bei uns im autohaus ist sehr komplex weil wir auch viele ältere fahrzeuge haben somit bist du auf jeden fall wenn du bei uns eine ausbildung machst gut in der älteren technik ausgebildet wenn du so etwas suchst bist du bei uns genau richtig also kannst du dich gerne bewerben vielen dank fürs zuschauen vielen dank für die gestellten fragen wenn er es noch nicht gemacht habe abonniert und so ist doch war doch wieder informativ informativ